So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Pupsi war einkaufen und hat was gesehen. Neue Sorten von 4bro, der 4bro Eistee, Apricotstrafberry, also Aprikose, Erdbeer, steht sogar unten mit Aprikosen, Erdbeergeschmack, sonst hätte ich das nicht gewusst. Ihr wisst ja, ich bin ja auch ein 4bro Fan von den ganzen komischen Eisteesorten, die es so gibt und Herstellern und allem, Capital Bra und Hafti und Dirty und keine Ahnung, finde ich immer noch 4bro als Marke richtig cool. Habe natürlich dann auch die 4bro Energy Drinks getestet, die 4bro Limonaden, die 4bro Chips, die 4bro Brogy Balls, genau. Mittlerweile habe ich auch diese 4bro Schüssel, die sieht richtig genial aus, da tue ich meistens gar nichts rein, weil ich halt einfach nichts habe. Brogy Balls passen da gut, aber trotzdem schon allein das Logo, da muss ich immer an Jojo denken, dieses Logo und die Bro-Punkte, die ihr sammeln könnt und die Goodies, die ihr einlösen könnt und die tollen Geschmacksrichtungen, ich feiere immer noch von 4bro diesen Eistee, Honigmelone, so derbe ab. Jeder macht Wassermelone, 4bro war so schlau und hat einfach Honigmelone gemacht als Eistee. So, das ist jetzt eine neue Sorte, es gab glaube ich sogar 2 neue Sorten, ich habe jetzt aber nur diese eine gesehen, beziehungsweise Pupsi hat nur diese eine gesehen, deswegen machen wir die jetzt mal auf, schnüffeln mal da rein, gucken mal wie das schmeckt, haben wir jetzt unser Berliner Luftgläschen zum Testen, zum Probieren. So sieht das aus, wie Erdbeer und Aprikose in einer Person und jetzt probieren wir mal schnell. Schmeckt süß, aber nicht zu süß, schmeckt fruchtig, aber nicht zu fruchtig und ist total warm. So, wir müssen ja auch was kritisieren, ist total warm, der steht nämlich die ganze Zeit in der Küche rum, also wenn der Eis kalt wäre, wäre der bestimmt richtig toll, aber doch ja, mal ernsthaft, ich finde, der hat einen super angenehmen Geschmack und jetzt würde ich gerne die ganze Packung eigentlich austrinken und ich weiß nicht, ob ich das auf die dicken Bierglas machen soll, dass ihr das seht oder einfach aus der Packung so heraus, ich glaube, ich werde jetzt einfach die ganze Packung trinken, das sind nämlich 1000 Milliliter. Jede andere Marke würde draufschreiben, ein Liter, sie geben an 1000 Milliliter. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses, wenn ihr die Sorte auch schon mal probiert habt, schreibt es mal rein, ich finde gut, die würde ich mir auch nochmal kaufen, die zweite Packung ist für Pupsi, die erste Packung ist für mich und Prost! Prost! So, seht ihr das? Außer nichts mehr rauskommt, wenn ich jetzt noch eine trinke, dann muss ich mich wieder übergeben, das wollen wir nicht, deswegen war es das von meiner Seite aus. Wenn ihr auch die 4BRO Challenge machen wollt, dann kauft euch mal eine Sorte 4BRO Eistee, egal welche Sorte und haut die euch auf X rein, denn das ist 4BRO, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.